Musik Das Biolandweingut Stefan Kunz in Mörzheim. Wir übertragen unsere Lebendigkeit und unseren Individualismus in unsere Weine und stellen mit dem biologischen Weinbau natürlichen und reinen Wein her. Musik Unser Weingut, das wir biologisch bewirtschaften, liegt im südlichen Teil der Pfalz. In dem kleinen Weinwörtchen Mörzheim bei Landau bauen wir unsere Reben an. Auf rund 16 Hektar wachsen hier Rot- und Weißweine. Wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Gerne begrüßen wir Sie in der Villa Vino. Ob Weinproben, Cabaret oder Konzerte, in unserer Villa Vino sind all diese Festlichkeiten schon oft gefeiert worden. Feiern Sie Ihre Feste, wie sie fallen, in anspruchsvollem, toskanischen Ambiente. Musik Wein ist ein so wunderbares Getränk. Es ist gesund für Körper und er beflügelt zeitweilig den Geist. Solch ein Göttertrank anbauen, keltern und abfüllen zu dürfen, ist wirklich eine befriedigende Berufung. Mir ist dabei wichtig, den Spaß und die Begeisterung für meine Arbeit, den Menschen, die meinen Wein trinken, in dem Wein vermitteln zu können. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020